Oh mein Gott Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Und wir gehen auf die stockfinstere Seite des Mondes. Ich hab's gestern angekündigt und ich hab bis heute gewartet. Ich hab noch Sonic Forces aufgenommen, da werden heute auch noch andere drei Parts kommen. Und jetzt kommt Mario Odyssey. Oh yeah! Oh, ein cooles Sequenz. Wir sehen hier, glaube ich, die finstere Seite. Oder? Bisschen wie Mario 64 Look. Stockfinstere Seite, Hop oder Topkater. Oh, hier sind ja die ganzen Leute. Ja nur, was machen denn nur die ganzen, alle die Leute hier? All die Leute hier so toll. Jetzt freue ich mich gerade auch. Läuft hier gerade ernsthaft schon aus? Bist du das? Ja, wir tanzen auch schon. Aber jetzt geht's auf, jetzt geht's ins Wasser. Okay, es hängt schon mal anders an, als jeder Slum. Und schon. Es soll ja die schwierigste Challenge sein. Und soll auch der einzigste Multimon sein. Oh mein Gott, endlich was. Okay, jetzt hört's leider auf. Na endlich, wir haben ihn, wir haben wieder unser normales Gewicht. Also wir haben eigentlich das Umwelt dann besser gefallen. Oh nein. Was genau was wir jetzt machen müssen? Wir müssen die Gumba stapeln. Wir müssen den überhaupt besiegen. Oh, da gibt's noch mehr Wunder. Ich hab' keine Ahnung. Ich dachte, das geht mal an. Ah, ich verpiss mich erst mal, weil ich will mich jetzt nicht hier bei dem sterben. Weil der ist dann auch echt nicht gerade leicht. Lava. Alles klar. Oh! Ah! Alter! Oh mein Gott. Oh nein, das kann ich ja gar nicht. Oh mein Gott. Oh! Oh! Ich muss mich da richtig schnell beeilen. Ja, okay. Na dann. Ich dachte, man hat das ein bisschen selber. Wissen wir ja gar nicht. Okay, ich bin hierher. Aber nicht mal, werde ich keinen drauf verleihen, weil ich werde hier nicht. Also mir hätte ich schon echt besser im Weltall gefallen. Weil dann könnte ich mich jetzt hier einfach auf den einen Tipp und raus springen, auf den hier. Und dann einfach nur sieben. Zumindest wäre das dann halt so einfach. Vielleicht ja nicht. Nein! Oh mein Gott, bin ich dumm. Alter, was geht's mit mir? Warum mach ich denn noch auf den Tipps an? Ich bin komplett überfordert. Alter. Ich bin komplett überfordert. Ich dachte, das wäre so einfach. Aber ist es gar nicht einfach. Ja, natürlich ist es nicht einfach. Okay, ganz einfach fand ich es. Natürlich ist es auch wieder nicht. Es wäre auch nie im Leben einfach, wenn es nicht die schwierigste Challenge sein soll. Wie schnell geht das weg? Ich habe eine Idee. Einfach direkt dann abspringen. Oh mein Gott, das ist aber echt schwer. Okay, das ist glaube ich die schwierigste an dem... Diese Schaukel. Okay, an diesem Ersten Ort hier. Weil man muss sich hier halt auch echt schnell beeilen. Und man sollte auch nicht in die Labe fliegen. Ja. Das ist halt schon echt schwer. Das glaube ich. Es sieht einfach aus. Wo ich es bei Domi gesehen habe, also Domtenbo. Das habe ich auch so gedacht. Haha, das ist so einfach. Das hätte ich so einfach so ein Fast 3 gekriegt. Okay, Fast 3 nicht. Aber halt in einem... Halt... An irgendeinem... Halt ganz schön schnell. Aber... Ach, nein. Also... Ich sitze auch schon. Ich habe mich jetzt voll aufgeregt. Ah, man muss sich schnell... Ja, Junge! Oh, man muss sich aber echt schnell beeilen. So lange... Sobald man auf der anderen ist, muss man sofort B drücken. Okay. Dann habe ich das wenigstens. Ich cutte es am besten mal. So, ich bin jetzt auf dieser Seite und ich sehe schon da hinten... Was ihr nicht seht, ist da hinten nämlich so... Noch was, sowas. Ja, bin drüben. Okay, was ist das jetzt? Ach komm, kannst du... Das kann mir jetzt keiner erklären. Nein, ich vollidiot. Das bleibt ein stehendes Ding. Alter! Cut! So, bin wieder bei der Stelle angekommen und ich habe gerade so drüber nachgedacht. Ey. Das kriege ich hin. Ich habe auch schon das... Normale 3D World Level hingekriegt. Der Weg der Champions hieß das, glaube ich. Ey, das ist... Das ist ungewöhnbar, wann die auftauchen und wann nicht. Seht ihr, was ich meine? Ja. Seht ihr? Das ging einfach viel zu schnell. Ich bin drüben, Freunde. Oh, nirgends. Aber ich glaube, hier gibt es keine Checkpoints, oder? Okay, Lama. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt nicht ernsthaft in so welche kleinen Löcher reinspringen, um diese Schoße hier zu schaffen. Moment, das ist nicht so ernst. Das ist doch jetzt ein bisschen fies, Alter. Ich meine... Hallo. Das sind ja vor allem... Seht ihr, was ich meine? Das ist halt ernsthaft. Finde ich gerade so einfach. Oh, Junge. Mario, mach mal. Soll ich was cutten? Ich cutte jetzt einfach. Voll, voll, Freunde. Nach vielen Versuchen bin ich auch mal hier am Ende. Dann kommen wir wieder eins rein. Okay, wir schließen uns jetzt ab und ich hoffe einfach, dass dein Herz kommt. Okay. Diese Dinger. Mit denen kann ich eigentlich auch noch nicht so gut handeln. Handeln. Ja, klar. Die sind ja voll... Die sind ja voll... Voll fair gekommen. Also, da kann man nichts sagen. Hey! Wie gemein. Was? Schnell! Schnell! Alter, wie viele sind das denn? Schnell kappert ihn ja. Warum kommen denn jetzt neue? Wo ist denn das einer eigentlich? Eines, was ich jetzt irgendwie. Okay. Okay, 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 okay. Das ist halt gerade schon echt knapp, weil ich hasse es hier nicht mehr, weil die... Weil die sind da... Und dann da durchkommen kann ich kann auch einfach mittig schwimmen, weil das ist schon echt hart. Wasser! 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 Hallo! Was? Ich möchte hier essen. Nein! Nein! Ich möchte hier essen! Nein! Hätt ich ihn jetzt behalten sollen? Oh nein. Jupp, vielleicht hätte ich ihn behalten sollen. Sind wir im Forstland? Oder zumindest die Musik. Hallo? Wo ist der Boden? Betrug. Cut. Also Leute, ich hab mich jetzt dazu entschieden, scheiß auf dieses scheiß Level. Scheiß auf dieses verdammte Level. Ich werde es in einem Spring versuchen. Aber das war es mit dem Let's Play. Ey, ich scheiß auf dieses Level. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich war gerade so weit, so weit hinten. Und jetzt bin ich wieder hier. Also, nö. Ciao. Kein Bock mehr. Das bleibt zu Ende. Ciao. Ciao. Ciao.